Oh nein, nein, nicht das, nicht don't jump, alte Erinnerungen kommen hoch und heu, ich hoffe, das ist besser und nicht so betrügerisch, weil beim letzten Mal konnte man nämlich cheaten, wenn man gesprungen ist, ist ja auch klar, aber das war absichtlich noch so gebaut. Oh Gott, schau dich den an, haha, haha, Toad, du hast echt Probleme im Kopf, oder? Nein, alter, ja, hiermit ist es offiziell, Toad raucht und was will ich nicht wissen? Oh Gott, oh nein, ich springe aber nicht, Leute, aber geil, viel geiler als beim letzten Mal irgendwie. Fuck, 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 alter. Oh, scheiße, oh, scheiße, man, aber auch Rage-haft. Oh, scheiße, jetzt leck mich doch am Arsch. Vor allem, okay. Hä? Wie komme ich denn an die Münze? Hä? Hä? Okay, warte. Oh, leck mich. Schnauze. Warte, ich will mal kurz einen Test machen. Das Down-Jump-Level ist wieder kein Down-Jump-Level, weil... Das ist ja geil. Wenn man sprengt, glaube ich, weil ich wollte ausprobieren. Ich glaube, wenn man sprengt, hat man es verkackt. Ja. Äh, geil. Geil, wirklich, das finde ich gut, das finde ich gut, wenn man sprengt, dass man es dann verkackt hat. Ich wollte zwar mal ausprobieren, wie ich denn an die Münze kommen soll, aber... Ich darf nicht. Ist aber auch gut. Achso, so komme ich dran, okay. Ich hasse dich. Aber ich kann ja auch von der Seite hier, ist ja gar kein Problem. Ich hasse dich. Und mein Leben. Boah, der hat doch echt Probleme. Boah. Crazy, crazy shit. Das ist so geil, aber... Und hier gilt das Gleiche. Wenn man sprengt, wird man bestraft. Finde ich gut. Wollte jetzt nur gucken, ob es hier auch so ist. Ich schwöre. Ich wollte nur gucken, ob es auch so ist. Und deshalb werde ich jetzt hier wieder beenden. Aber beim letzten Mal war es so, wenn man springt, wurde man belohnt. Und deshalb war es für mich damals kein Don't Jump Level. Und deshalb habe ich auch gesagt, nee, ich spiele das jetzt nicht, weil... Der Baumeister hat gesagt, spring nicht, aber... Man soll springen. Das erleichtert dann einem das Level derbst. Und deshalb habe ich beim letzten Mal gesagt, nee, ich spring jetzt nicht, ich spiele das jetzt nicht. Weil ich verarscht werde. Aber hier ist es komplett andersherum. Wenn man betrügt, wird man nicht belohnt, sondern bestraft. Gut so. Oh, geil. 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 Jetzt muss ich nur noch zurück. Komm. Das ist jetzt echt kein Problem. Einfach zurückzugehen. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Nein. Das Einzige, was jetzt halt noch passieren kann, dass ich runterfalle. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich hasse dich. Das ist doch nicht so schwer. Jesus Christ. Oh Gott. Leck mich doch am Arsch, du Bastard. Fuck. Aber es ist auch geil, dass ich nicht sterbe, sondern einfach immer wieder zurückgesetzt werde, sozusagen. Aber es ist doch kein Schlau. Aber es ist doch nicht so schwer. Aber es ist nicht so schwer. Der Herr ist doch fast einmal nicht so schwer. Ich habe das täglich. Aber es ist doch nicht so schwer. Und jetzt ist doch ein guter. Fertig. Ich wollte gar nicht springen, du... Bastard, Mann. Ich hab einfach auf das Gamepad-Wild rumgehauen. Und dann meint ihr einfach... Ich hab doch gar nicht gesprungen, Mann. Ich hab gar nicht auf den Hagen gedrückt, du Bastard. Ich bin da irgendwie mit dem Daumen hingekommen, weil ich X gedrückt habe, zum schnell laufen. Aber nicht zum Springen, du Fisch. Geil. Seems legit. Leck mich fett. Okay, 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 gut, gut, gut. Jetzt beginnt wieder das. Ich hasse das. Da bekommst du so einen kribbelnden Finger und willst irgendwas schlagen. Irgendwas. Hauptsache, es macht Spaß. Jetzt leck mich doch. Ja, Mama, alles ist gut. Du brauchst keinen Notarzt rufen. Ich spiel einfach nur Mario Maker. Ich spiel einfach nicht. Ich spiel einfach nur... Ah... Gah! Jesus, Gah! Ah! Oh, Jesus, Gah! Gott. lol 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 was passiert hier fahrt die sind viel zu schnell zum glück bin ich jetzt sicher untergefallen versteht ihr runtergefallen wegen runter und so moment mal was was der level ist groß aber auch klein scheiße es hat sich ausgewabert dann halt nicht so ein ich finde es so geil es ist nicht vorbei nein der baum ist zurück okay lol 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 nee nee ach wir sitzen gerade mal 10 minuten hier dran ja das geht noch okay lol leck mich fett oh Gott und jetzt einfach zurück einfach zurück komm schon bitte wird du ich höre nichts jetzt dann ist zu laut Headset, Gott. Geil. Leck mich. Fuck. Geil. Der drückt mich aber auch immer hoch, glaube ich. Ah, die Musik. Aber auch geil. Besser als der normale Shit. Finde ich gut. Fuck. Fuck! Ich asse dich. Geil. Ja! Don't jump, ne? Achso, hier kann man klettern. Ich hätte das Bein aus Reflex gemacht. Achso, okay. Hä? Alter, was? Ja, wahr, 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 okay. Hä, was soll ich denn hier machen? Oh mein Gott, du bist ja asozial. Ja, und jetzt? Achso, hier ist der Ranke. Boah, geil gemacht. Geil gemacht. Mit dem Bastard da unten noch, ey. Scheiße. Lauf, Gott. Nein! Das ist nicht wahr. Du stirbst jetzt nicht, haben wir uns verstanden. Rein da. Okay. Geil. Nein. Hä? Oh, ich hab zu Glück nen Checkpoint. Aber vor allem, ich bin nicht gesprungen. Ich bin durch den Cheep-Cheep durch den scheiß Block gekommen. Der springt. Ich hasse dich. Ey, da, da kannst du echt keinen Block hinpacken. Das ist asozial. Ja, super. Ich muss den Kampf durchhalten? Boah. Was? Lol. Hä? Tch. Alter. Ja. Ne, da, da, da sind die Blöcke fehl. Da sind die Blöcke fehl am Platz. Achso, ich kann klettern. Toll, der gar... Hä? Moment mal, dann ist es ja erst recht fehl am Platz. Ich finde die Blöcke an sich dann scheiß, wenn sie mit Absicht hier sind. Och, du bist doch... Lecke mich. Da muss ich mir jetzt noch einen sicheren Ort hier aussuchen. Okay. Ja gut, wenn ich sie... Wenn ich klettere, dann löse ich sie ja nicht aus. Deshalb finde ich sie scheiße. Okay, ich muss einfach den Bowser-Kampf aushalten. Indem ich hier campe. Nein, du ist Arschloch. Fuck! Ich werde hier zum Tier. Boah! 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 Nee. Oh Gott, das ist langweilig. Ich... 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 Dazu ist er also da. Alter! Bowser! Nee. Vielleicht wird er auch jetzt einfach umgebracht. Aber der Bowser hat relativ viele Leben. Einfach warten, einfach warten. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen. Schwimmen! Fuck! Boah, super. Super! Nee, die Blöcke finde ich da scheiße. Vor allem, weil man hier auch mit Springen nicht so viel cheaten kann. Ist es noch mehr unnötig? Ja, jetzt leck mich doch, Mann. Aber so richtig fett. So, pfff. Weißt du, so. Nee. Oh, Bowser, Alter. Fuck you, ey. Fuck you. Boah, ey. Jetzt hör auf! Du geistesgestörter. Chill, deine... Phase. Fuck Das war mal hart Das war mal fett Fett Oh, der kann mich da oben nicht treffen Nein, ich hab den Typen Fuck Oh Gott Okay, jetzt geh ich hier wieder hin Und sage dir, chill dein Leben Ich hasse dich, warum gehst du da vorne? Okay, wenn er ein bisschen weiter als die Mötze gegangen ist Dann muss ich weg Weil ansonsten wird das zu krass Jo, leck mich Jetzt geht er wieder zurück Dann geht er jetzt langsam nach vorne Dann ist jetzt der Moment Du bist so eine Mist Also der Typ schafft es auch echt Bockschwersten Bosskämpfe zu machen, Alter Boah Weil dieser Bowser immer gekillt werden muss Das ist so Frustriert Keine deprimierenden Löffel Natürlich deprimierend, Mann Komm Komm Bring den Assi endlich mal um Komm Ohne Spaß Was soll denn das? Ja Was soll denn das? Jo Oh, Sau Hör auf Hör auf damit Nee Bin ich da safe? Nee Ich bin nirgends safe, Alter Alles scheiße Ohne den Feuerball wäre ich an bestimmten Stellen safe Aber nee Jetzt schon mal hier hingehen Um sofort den Typen zu aktivieren Mhm 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 Leck mich, du Bastard, Mann Fuck Ja Mhm Du Missgeburt, Mann Du Bastard Wart mal kurz Mein Headset hat heute irgendwie seine Tage mit dem Kabel Ja Deine Mutter Weil das umarmt mich die ganze Zeit Und dann ziehe ich irgendwie dran Und das nervt gerade Kabelliebe Mhm Oh Gott Du Pisser, Mann So, jetzt gammeln da unten die Pilze Heißt, falls ich getroffen werde, sofort runter Oh Gott Der hat doch echt gelitten Der hat doch echt gelitten Schaut euch den an Mann, das ist auch eine geile Taktik Geh mal hin und her Geh mal hin und her Gott Alter, wie hart Hat man gelitten In der Mitte bin ich safe Was den Ball angeht Lol Okay Nein Scheiße, Digga Digga, was? Digga, was? Gott sei Dank Nein In meinem Kopf dieser Geh mal hin Geh mal hin Geh mal hin Nee, nee, okay. Etwas kürzer als erwartet, der Bosskampf war einfach nur warten, frustrieren und einfach nur warten, 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 warten. Mehr nicht. Das davor war geil. Insgesamt war ich es wieder nicht. Ich glaube eher keinen Stern, weil er noch ein bisschen zu wenig und es war halt wirklich, ja, das erste war auch, aber nicht so krass frustrieren. Das war halt noch geil irgendwie mit den Schlüsseln und mit den Blöcken. Aber, ja, der Bosskampf war dann schon eher nur warten und Frust und insgesamt kommt da eigentlich ein gutes Level raus, aber knapp an dem Stern vorbei mal wieder. Oh mein Gott. Nee, ähm, aber ansonsten war das Level eigentlich ganz schön gemacht. Fand ich gut, war ein, ha, soll ich doch einen Stern geben? Ha, komm, jetzt. Aber, das war ein guter Ansatz, aber das würde Bosskampf hätte man doch besser machen können, weil das war echt schon Frust. Aber trotzdem bedanke ich mich hier fürs Zusehen und, ja, Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss. Aber, das war ein guter Ansatz. 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 Aber, das war ein guter Ansatz.